Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Drake Projekt. Diesmal mit Attack of the Beat Team. Der Server Drake wurde umgestellt, da die Spiele halt ein bisschen ausblieben, weil es natürlich nicht so spannend ist bei Vanilla zu bauen. Deshalb haben wir jetzt Attack of the Beat Team, wo man sehr 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 gut bauen kann. Und ich möchte jetzt euch etwas vorstellen, was wir machen werden. Und das natürlich alles im Modus für Dings. Im Game Mod 0 halt einfach. Survival Modus, genau jetzt habe ich es. Da habe ich noch die Wolle zur Markierung vergessen rauszunehmen. So. Und dann, ja, Krieg. Oh Gott. Also, ich habe Cobblestone hier gesammelt, also Basalt Cobblestone, um genau zu sein, gesammelt. Und werde jetzt mit dem, ihr wisst es vielleicht schon. Sorry, es leckt ein bisschen, weil Frebs wieder spinnt und ich gerade auch am Hochladen bin. Hallo. So, jetzt. Hier will ich einen Vulkan bauen. Das sieht momentan noch recht flach aus. Und jetzt legt es schon wieder. Ja. Ähm. Ja. Es sieht halt noch flach aus. Ich möchte hier eine große Wohnung bauen, inmitten des Vulkans. Und werde dann unten im Boden immer Lava haben. Und ja, dazu brauche ich jetzt erstmal Cobblestone, also nicht Cobblestone, sondern Cleanstone vom Basalt. Machen wir uns einen Ofen, wenn wir können. An die Workbench. An die Workbench. An die Workbench. So. So. Und der schreibt natürlich 60. Nicht lecken, bitte. Nicht lecken. Eigentlich wollte ich euch ja nur vorstellen, aber ich mache jetzt auch ein bisschen weiter. auch wenn es ein bisschen leckt. So. Machen wir zwei Öfen. Und dann machen wir hier das normale Cobblestone, äh das normale Cleanstone draus. Gut. Hier haben wir schon mal Asche. Nö 446, glaub So, ähm Er macht vielleicht auch bald ein Projekt Oder macht er mit Und es kommen noch andere, die vielleicht mitmachen Also ich werde nicht mehr alleine sein bald Das ist gut so Das ist schön Das ist gut so Der Jockey und der Löw So, ich möchte dunkle Setzlinge Und ich möchte Schwarzer Setzling Hinsetzen, gut So Also, dann werde ich hier mal anfangen zu bauen Ohne Creeper bitte Und werde dann Ja Mal das Projekt Anfangen Irgendwann mal Ach, ich bin hier übrigens eine Fledermaster Darum kann ich fliegen Man kann sich ein Tier verhandeln mit dem Morphmoth Nicht Fragen Also Ja Hier alles flach machen muss ich Und dann den Vulkan drauf Das wird eine Heidenarbeit Ich hoffe, es wird euch gefallen Und hier ist schon das nächste Gebiet Das ist nicht schön Aber ja Also ich mache einen riesen Vulkan hier Und eben Wohnung drin Und alles mögliche Und oben mache ich dann Wolken hin So Also eben Abgase vom Vulkan Also Dankeschön fürs Interessieren Ich hoffe, ihr schaut weiter Und bis zum nächsten Mal Bye Bye